okay damit herzlich willkommen zurück bei coole anmoderationen immer und es geht weiter wir werden diesmal viel besser machen als letztes mal wir haben jetzt gelernt aus unseren fehlern und werden jetzt unser gelerntes reflektieren und wir sind übrigens wir haben gelernt unser gelerntes reflektieren und hier ist so eine rote rota bau war da und ich schaue dagegen und hat sofort mega fisch anbekommen war das jetzt witzig das war halt aus versehen ich wollte gucken ob das überhaupt explodiert wenn ich dagegen schlage ach so ich habe mich jetzt gelernt dass wenn man dagegen schlägt und explodiert das okay also hast jetzt quasi dein gelerntes reflektiert aber halt zu spät okay willst du dich jetzt an fahrrad dran machen als reflektor hallo ich muss einen schluck tee trinken wo ist denn ich höre sie doch schon wieder ach da funk funk was was soll das eigentlich heißen 7 brauche ich ja ich brauche sieben und habe fünf die geht mir genauso die g 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 geht mir genau so ich brauche gerippe und wie man da sind welche 700 wieso sind ja bei dir immer dreck welche an die machst du das guck doch auf deinen scheiß mail tracker ich habe keinen trennen sofort in deine richtung ich habe so kein bock da drauf vielleicht sollten wir beide anfangen mit dem endtracker starten und dann wenn wir uns finden dann verkaufen wir zum einen oder beide ich bin richtig nein nein nicht schon wieder auch jan nein alter what the fuck die sind voll gut ich renne aber auch gerade nur weg voll die anerkennung oder diesen voll gut mein größtes vorbild 300 meter du kannst mir mal entgegen kommen ach ja kann ich das ach da hinten bist du ich sehe dich schon hier ist so ein ding soll ich das zum explodieren bringen warte ich kann ja da hinkommen und hier ist eine grüne kiste oh mein gott die sind immer noch hinter mir oh mein gott da ist irgendwas explodiert komm komm hier zu mir komm hier zu mir ja ich bin unterwegs hast du einen inventarplatz frei ja dann komm ich bin halt ich habe keine ausdauer mehr und bin gleich tot ich man gibt keinen fall schaden komm aufs dach und springt vom dach runter wie kann man nochmal sperr werfen ähm maus war da also oh mein gott komm runter komm runter komm 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 renn in die richtung da ist eine dings mit einer machete drin renn in die richtung in die du jetzt weiter gerannt wärst theoretisch das macht in der kiste hast du siehst du sie ich meine die kiste nee alter das ist eine riesengroße grüne kiste renn dahin bei mir ist alles grau ich sehe es kann ich mich hier oder ist es gefährlich wir kommen jetzt einfach also ich habe den gleich da unglaublich weil der rennt nämlich vor mir weg komm ich komme ich habe mich gehealt mit der mariete bitte ja ja ich habe die mariete ok machst du weiter und der ist gleich der ist gleich ich mich ich mich kurz oh mein gott was hat er dabei hat er bandage messer und mit kit kann ich irgendwas soll ich irgendwas mitnehmen mit kit hast du doch nee da ist mit kit willst du das haben oder ich habe ich habe jetzt ja weiß ich nicht mega alter gut job aber gut gemacht gg komm wir gehen erstmal hier in das gebäude rein oder ich gucke erst mal man trecker 91 1 es kommt ja auf uns zu das war ich ich habe den versucht zu werfen ok 15 13 hier ist direkt einer kommt 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 hier kommt noch ich bin hinter dir ist hinter mir der typ ist auch direkt hinter uns ja der ist ich war zwischen und dir und dem typen und der ist jetzt weg ok jetzt glaubt die du leider hier 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 kommt ja genau gute idee wo dann können wir hier kommen kommen hier ist hier ist was hier ist was kommt was ist das alter eine tür mach zu macht zu hinter dir so sehen jedoch dass wir durchgegangen sind oh mein gott das gift kommt hier aber durch ernsthaft oh ja aber ist ja die richtung ist aber hier sind wir jetzt erst mal 99 weil ich den getötet habe sofort kiste sofort kiste hat es drin und baseball hat jetzt eine rote kiste aber die ist offen baseball was habe ich für schaden macht er warte ich mache mal sagen 6 bis 18 7 bis 21 aber der macht nur krippel wir können ja verkaufen wenn wir das ziemlich wenig leben wirst du nicht das medikett haben jo kannst mir geben ich mach mal erstmal einen mann trecker guck mal da look mal 99 plus ok what the fuck voller kran hier oh lol das ist diese kommt dass die bürge die man einklappen kann soll ich den dings verkaufen den schläger der macht zwar ja der macht ein bisschen mehr schaden und der kann man auch schneller also ich glaube zum kämpfen ist er besser aber der sperr macht halt blutwunde das bin ich ja nein lass uns mal da hochgehen da war doch irgendwas oder ja ich glaube da war diese wetterstation jo stimmt ja ist da hinten was lass mal kurz hier das hier hinten das ding die dinger hier die geben ja voll viel geld meine ich die echt ja fang damit schon ein zwei stück vorbeigelaufen das gefährliche ist halt wenn du alleine die macht dann kann die jemand abschießen und explodieren die ach so okay dann gucke ich jetzt am besten nicht zu dir hin und beobachte dich so wie sind jetzt mit meiner lautstärke lautstärke ist prima okay aber ist mir jetzt leider erst aufgefallen dass wahrscheinlich die ersten zwei folgen bisschen soundmäßig kacke sind bei mir aber wenn es jetzt gut ist dann bin ich zufrieden ja also bei mir war es ja vorher auch einigermaßen okay war halt nur sehr stark am schwanken wegen der wegen dem automatischen gedöhnt aber jetzt ist halt auch guck mal ist da hinten nicht einer ah ne das ist irgendwie ein ding wir sollten nur gucken dass hier keiner in der nähe ist der dann die brücke weg macht aber die nächsten sind hinter uns von daher ich finde das krass wie das so grau wird ach so wenn du ausdauer da brauchst du auch nicht ganz weit laufen du brauchst ja nur laufen wenn du hier auf diesen beweglichen teilen bist ich will mir vor du bist auf der brücke gefangen und kommst dann nicht mehr runter aus der mitte und dann kommt ein ergo runter rum ich könnte mir nen rucksack machen das wäre auch keine schlechte idee wenn wir gleich noch eine blaue kiste irgendwo finden kann man die direkt öffnen ja das ist mega viel geld das menschen töten bringt halt mega viel geld menschen töten sollte man auch in echt auf jeden fall mehr machen ja das bringt auch im echten leben macht das halt auch mega viel da verdienst halt dran ja das ist halt wirklich eine einnahmequelle ne äh lol jetzt hab ich den baseball weggeschmissen manche man könnte fast meinen manche menschen verdienen damit ihr geld ja oh mein Gott oh mein Gott irgendwo hier oh mein Gott irgendwo hier oh mein Gott irgendwo hier manntracker mal kurz gucken ach so ja äh 55 kommt äh aus äh nordwesten also vom spawn ja da ist auch 19 da ist er oh mein Gott ja drauf oder komm komm drauf 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 ok ähm ach scheiße hinterher hinterher auf jeden Fall hinterher oh mein Gott das Gift war ne 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 oder ja der kann auch sonst nirgendwo hin scheiße oh der wird von da oben abgeschossen glaub ich äh ich schieß meint금 ne ne ich schieß den ab ich treff ihn aber nicht egal einfach hinterher ich hier rein ne 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 komm nein ob der da rein ist ach so ne ist er nicht aber 85 der renntUier hoch ja komm sollen wir ihn in Ruhe lassen ja hier erstmal na komm ma hier sterben und nachher verlieren wir auch genau wegen ihm Ja, das ist das nämlich Wie hieß der? Hast du drauf geguckt? Nee Aber es lebt nur noch ein Einzelner Und zwei Zweierteams Ja, und das ist das Der Einzelne, das war jetzt vermutlich der Einzelne Weil er ja nicht im Team unterwegs war Und den hätte man jetzt super snacken können Da ist der Ich mach hier die blaue Kiste auf, ne? 54 hab ich Ich hab 72 Da müsste noch eine blaue Kiste sein Okay, Tactical Machete Die ist, glaub ich, besser als der Baseballschläger 7-21 3-3 8-24 2-2, okay Hast du die andere blaue aufgemacht? Wo? Ich find's nicht Hier war irgendwo noch einer Ich verkaufe den Baseballschläger Ja, gute Idee Hättest du besser mir gegeben Ich hab mich machen lassen Ja, okay Alter, ich hab 97 Alter, wir können gleich so ein Killswitch anfordern Äh, Killswitch Airdrop Airdrop anfordern Ja, aber wohin ist die Frage, ne? Weil das sehen ja dann Hier in der Mitte einfach Sehen ja dann alle, dass der Ah, da hinten läuft einer Hinten läuft einer Äh, Norden Läuft einer auf die Mitte zu Da sind zwei Das sind zweier Team Warte, wir haben die Kiste geöffnet Okay Sollen wir da hingehen und einen anfordern? Ich weiß gar nicht, was ich für ein Ding drin hab Ähm Ne, wir haben beide random Ja, aber man sieht ja trotzdem welcher das ist Bei mir stand ja gerade auch Trap-Ding dran Achso, okay Ähm Vielleicht haben wir ja irgendwas krasses Aber dann Wo muss man denn hin, um den anzufordern? Hier, 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 warte Genau Ach, da muss man an diesen Plattformen, ne? Ja We're choking, use the master gas switch in the center area and activate the distance Plumper airdrop Soll ich mal anfordern? Hm Ja Ah, da kommt einer Der hat sich gut Alter, der hat, der hat ne Schusswaffe Der hat, ich glaub, der hat alle Schüsse verbraucht Okay, zwei gegen zwei Okay, 14 hab ich noch Scheiße Ja, ich auch Fuck Sieben Nein Oh fuck 5 Oh scheiße Ah fuck, das hätte man sich denken können Scheiße Ah Ah, verdammt Warum hatten die denn hier schon wieder eine Schusswaffe und die nicht? Weil die Oh, ich weiß es Und Also Da kommt mein, da kommt mein Airdrop Cool Oh nein Nein Ja komm, wir gucken uns das noch an Ja, ich will mal wissen, was da drin ist Ja, der fliegt ja voll daneben Ne, der hat denn ja abgeschossen Achso Oh, ein paar Spritzen und, äh, Dinge Ah, vielleicht besser, dass wir die nicht gekriegt haben Na gut Dann, äh Vielen Dank fürs Zusehen Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal